Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Tales of Arise, meine Damen und Herren. Ich habe aber bei der letzten Folge erwähnt, dass ich ein bisschen leveln werde und ich habe wirklich nur ein bisschen gelevelt. Also ich habe halt gemerkt, das dauert doch sehr sehr lange und habe es dann doch sein gelassen. Ich bin da jetzt glaube ich vom Punkt A nach Punkt B, ich glaube sechs, ne fünf oder sechs Mal lang gelaufen halt und habe alles auf dem Weg gekillt. Aber habe dann doch gemerkt, das dauert mir echt viel zu lange. Ja, ich habe mir auf YouTube auch einen Guide angesehen, das eine wesentlich schnellere Methode gibt, später aufzuleveln. Und ja, man baut halt Artefakte und gibt bestimmte Rezepte, die das so ein bisschen vereinfachen und ja, oh. Fast vergessen, ohne dem geht gar nichts. So, ja jetzt höre ich mich auch kaum selber. Ich habe Alphons Moveset ein bisschen gannert, also sein Arzt-Set besser gesagt. Ein bisschen, ja, verstärkt, würde ich mal sagen. Ich habe jetzt mehr Wumms hinter den Angriffen, ne. Und ja, wirklich, das ist das Einzige, was ich gemacht habe. Ich habe jetzt, um das zu veranschaulichen hier, also ich habe da halt Alphons seinen Level mal auf 43 erhöht und auch von drei anderen. Und ja, zwei sind noch auf 42 leider geblieben, weil es hat echt lange gedauert. Also, allein schon vom Anfang des Vulkans bis zum Ende des Vulkans hinzulaufen, das hat schon ewig gedauert. Und dann noch die ganzen Monster unterwegs, die mir kaum Erfahrung gegeben haben, trotz eines Erfahrungsrezeptes. Aber halt, den Kleid ist nicht mehr im Tanabe. Was größtes habe ich derzeit nicht. Und ja. Gut, wir gehen jetzt nach Leneges. Leneges. So, Aufnahme läuft, ne. Ja, Aufnahme läuft. Okay. So, dann habe ich auch überall. E-Missimo. Wunderbar. Aufbrechen, ja. The Red Woman. Oh. Die rote V. Die rote Vrote 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 Vrote. Wunderbar. Es solltent fünfmal werden, ohnehin eine An hatchet von VRens. Das ist ebenso wie immer der vervide Aussage nach einem Ernegesel. P Publizsecondary. Was O'Neil benötig. Das war der Welt. Das ist ein grosse 1940 zum Beispiel. Das ist das Grund, das ist einer 쓸 Kuss fitted. Das ist die »Ninegesel. Die Jou Öyle sein, force der她 nur nicht mehr, wenn Superman ist. Ja, das ist die Jаете. Ich bin der Falle von Farnais. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin ein Freund. Das ist das, was ich? Das ist nicht gut, was ich. Du bist auch nicht anders. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr so gut bin, was ich nicht mehr so gut bin. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr so gut bin. So, dann können wir uns jetzt mal wiederholen. Es ist schon ein Fierrier-Einiger? Nein. Ich glaube, dass sie nicht verändert hat. Nein, eher... Ich verstehe. Warum hat er wieder zurückgebracht? Es ist ein schweres Ding. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe... Relative auf dem Weg. Ja, das wird nichts von mir. Ich brauche dich, Dio. Wer ist der Fiali? Loh! Oh! Ich glaube, dass ich das nicht so mache. Sion, bitte. Ja, das ist doch besser. Ich werde das auch machen. Tio, Harim. Zerudor ist in Rene-Gis. Ich verstehe. Wir sind alle zusammen. Ich werde das nicht mehr interessieren. Wenn ich mich verletze, dann muss ich. Ich werde das nicht verletzen. Ich werde das nicht verletzen. Und ich verschwinde wieder. Ich werde wieder so etwas machen. Wenn ich mich nicht mehr so machen, kann ich mich nicht verstehen. Ich glaube, dass ich es so genau. Ich werde mich nicht mehr so machen. Ich werde mich nicht mehr so machen. Nee, die Stadt von Renegis... Sie sind wirklich hier in der ersten Zeit... Was bedeutet das? Das heißt, dass ich so viele Dinge nicht gemacht habe, dass ich es nicht gemacht habe... Aber wenn ich das so gemacht habe, dann kann ich das so machen. Das stimmt. Das stimmt. Als ob wir so machen, ist das so. Das ist das, was wir hierher gebaut haben. Wenn ich mich so... Entschuldigung, ich habe mich nicht gesagt. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht verletzten. Das ist doch nicht so, aber ich weiß nicht, dass ich das答え... So, ich hab mal grad ein bisschen, äh, überflogen, ne? Weil das dauert grad echt lange, es ist schon über eine halbe Stunde, nee, fast eine halbe Stunde rum und wir haben jetzt nur noch Cutscenes gesehen und kein bisschen Action gehabt hier. So. Äh, Lenege ist erledigt, das weiß ich nicht, das sehen wir gleich. Alle sind am Boden zerstört, wie wir sehen können. Und wir haben jetzt zwei Wege. Und, äh, natürlich nehme ich erstmal, was ist das hier? Kartenaktion, achso. Natürlich nehmen wir erstmal den Weg hier. Da haben wir schon ein paar Heiler. Immer dasselbe wie, äh, Shiona, wahrscheinlich. So, mit dem Opa reden wir gleich. Also hier gibt's auch ein bisschen Chaos, wie man sehen kann, ne? Da haben wir eine Tour. Erdbeere. Mitten auf der Straße in der Natur. Finden wir Erdbeere. Was machen sie da? Keiner antwortet. So, reden wir mal, reden wir mal mit dem Opa. Also hier sind wir mal, reden wir mal mit dem Opa. Ahem. Ja, ja, ja. Also hier haben wir mal mit dem Opa. Ich hab gedacht, ich muss sprechen. Sollte... Ich bin der Kieler-Keriske, der Tioh-Halim ist. Ich glaube, dass ich mich in der Kieler-Kiriske sein kann. Ich bin der Tioh-Halim. Ich habe viele Fragen, aber ich bin mir wieder zurückgegangen. Ich bin der Allgemein in der König der König des Geistes. Ich bin der Nengris-König der Nengris-König. Ja, Duolim ist hier sehr, sehr bekannt, wie man sieht. Was weint ihr denn, ihr Kleinen? Wo bin ich? Ich war nur spazieren, aber jetzt weiß ich nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht. Alles fällt auseinander und sieht völlig anders aus. Ich erreiche auch meine Mutter und Vater nicht. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, Kinder. Ich bin sicher, es gibt eine Erklärung für alles, was vor sich geht. Aber selbst die Zeuge laufen frei rum. Das scheint mir etwas gefährlich. Zeugel sind nicht mehr als unsere Diener. Sie mögen ausgebrochen sein, aber ich versichere euch, ich habe sie bald wieder unter Kontrolle. Wenn ihr Kinder euch als stolze Renner erachtet, dann seid tapfer. Wir haben die Situation mit Griff, ehe ihr euch verseht. Im Griff, nicht mit Griff. So, noch eine Truhe. Was gibt es hier? Banane? Orangenchillet. Oh, das finde ich geil. Hast du dich verletzt? Brauchst du Heilung? Komm, heil mir dich. In allen meinen Jahren habe ich noch nie der erdmächtige Heilungsarzt gesehen. Tiefsten Dank für eure Mühen, einer alten Frau wie mir zu helfen. Obstparfait. Neues Rezept. Neues Rezept. Neues Rezept. Neues Rezept. urable Kosté, jetzt haben wir von Woo-Wel-Kil-Dire, eine kleine Kleine. Eine kleine Kleine, eine kleine Kleine? Das ist eine kleine Kleine, in der Kleine, eine kleine Kleine. Neues Rezept. Neues Rezept. Korin, das ist eine kleine Kleine. Eine Kleine, eine kleine Kleine. So. Schlimmel muss man über die Kleine. Wenn du gesagt hast, das ist ein vor Ort. So, keiner kennt die Frau in Rot. So, bevor ich den letzten Stern anvisiere, mach ich mal hier noch ein bisschen. Ach du Kacke. So, die Zeuge laufen hier frei rum, ne? Meint ja vorhin der kleine Junge. Da kann ich mich hin. Ah, hier kann ich hin. Gut. So, meine Damen, was haben Sie zu sagen? Sie sind okay? Ah, ja. Ich habe mich nicht zurückgekommen. Ich habe mich über die Frage, wie ich es dir zurückgekommen habe. Ich möchte mich hierher gehen. Ich bin nicht da. Ich möchte mich nicht mehr aufhalten. Lass mich nicht irrt will, ist das all die Seele des Königs, aber ich glaube, ich werde sagen, dass ich immer hier drinnen und ich bin in den universoen, wenn ich in diesen Kacke dikenze, wo man kann, was man hier noch sagen? Ich muss mich nicht verbringen, aber ich werde nicht auf dem Kanal gehen. Was hat eine Möglichkeit, was ich? Die Kuhl-Hurim-Ir-Kiris-Saman! Warum ist das hier in der Kuhl-Briga? Ich bin sicher. Ich würde es nicht mehr, wenn ich mich zu sagen. Ich habe mich nicht mehr, um den Kuhl-Hurim-Ir-Kiris-Saman. Ich habe den Kuhl-Hurim-Ir-Gut-Ir-Gut-Ir-Gut-Ir-Gut-Ir-Gut-Ir-Gut-Ir-Gut-Ir-Gut-Ir-Gut-Ir-Gut-Ir-Gut-Ir-Gut-Ir-Gut-Ir-Gut. Ich könnte es um einen anderen Kuhl-Gut-Ir-Gut-Ir-Gut. Ich denke, dass es so viele TIME ist. Untuk mich deshalb mir zu erkennen, dass du hier einen Aufschlément hast. Ich muss mich verstehen. fifteen zu água sein müssen. H will es gut, wie gesagt? Wie gesagt, mit mir in Kuhl-Gut-Ir-Gut-Ir-Gut-Ir-Gut-Ir-Gut-Ir-Gut-Ir-Gut-Ir-Gut-Ir-Gut-Ir-Gut-Ir-Gut-Ir-Gut-Ir-Gut-Ir-Gut-Ir-Gut-Ir-Gut-Ir-Gut-Ir-Gut-Ir-Gut-Ir-Gut-Ir-Gut-Ir-Gut-Ir-Gut. Mein Name ist, ich bin ähnlich wie Aryna des Gealen. Vielen Dank, Tio Harima. Ich habe das Gefühl, dass es so etwas passiert ist, aber es ist immer noch nicht so, was ich? Ja, ich habe auch gesagt, dass ich mich nicht sagen kann, dass ich mich nicht sagen kann. Ich glaube, dass es wirklich ein Mensch ist. Das ist alles, dass es hier alles zu tun ist. In Rene Gis ist das Gefühl, dass es in Rene Gis ist. Es ist alles, dass es zu tun ist. Das ist für den Krieg des Krieges. Ich habe mich sehr interessiert, aber... Wer ist denn der Rene Gis? Natürlich ist der Herr von der Rene Gis. Der Herr ist der Rene Gis und Rene Gis. Aber nicht so wie ein Rene Gis? Rene Gis ist das ganze, wie so groß ist. Rene Gis ist das ganze, wenn ich nur so groß bin, immer nur so großartig und alle einzigartigieren kann. Ich weiß nicht, dass ich das so gemacht habe. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht interessiert habe. Ich weiß nicht, dass ich alles verletze. Ich weiß nicht, dass ich die Welt der Welt verletze. Ich weiß nicht, Sion. Du bist? Nein, du bist nicht. Ich weiß nicht, dass du dich in der Welt verletzten. Ich weiß nicht. Nein, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht, dass du alle die Leute von Renegis sind? Was ist das? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist doch, dass sie sich nicht mit ihnen, sobald sie sich nicht mit ihnen. Wundernigis ist egal, dass es nicht mehr so geht. Es ist nur denjenige, dass sie sich nicht mit ihnen verletzten. Sie müssen die Verletzten und das意味 nicht verletzten. Das ist doch ein bisschen. Es ist zu tun, dass sie sich nicht mit ihnen zu lassen. Wenn sie sich nicht mit ihnen verletzten, dass sie nachdem die Verletzten die Verletzten haben, die sich selbst zu tun. Das ist gerade wie möglich. Das ist die Wahrheit. Ich weiß nicht, was es ist, was ich verstanden ist. Ich bin 300 Jahre alt. Ich bin als Rene Gis. Nein. Ich bin als ich. Ich bin als ich. Und in diesem Zeitpunkt, ich bin als Vol-Lahn. 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 Ich weiß nicht. Aber es ist nicht ein Problem. Ich denke, dass ich als Vol-Lahn und es ist, der Vol-Lahn und der Vol-Lahn. Ganz genau. Das ist, was ich gewisse, die Welt von Vol-Lahn zu sehen. dass ich diese Vol-Lahn nicht sehen. B-Energis war so. Ich glaube, dass es so, wenn ich hier ein Geschenk habe. Warte mal! Das ist doch so, dass ich mit der Reden und der Reden und der Reden sind? Ich glaube, dass die Geschenk haben, die die Reden der Reden zu retten haben. Ich glaube, dass die Geschenk haben. Ich glaube, dass die Geschenk haben. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube. Das ist das Problem. Wenn man das Problem bequert, muss man sich nicht mehr als Herr der König zu sehen. Wenn man ein König nur in der König zu sein, kann man etwas bemerken. Ich kann auch nicht die König zu retten. Ja, gehen wir. Ich weiß, dass es ein König zu sein. Ich weiß, dass es ein König zu sein. Ich weiß, dass es auch ein König zu sein. Ich weiß, dass es ein König zu sein. Es gibt auch eine Selbstverwaltung. Es gibt auch eine Selbstverwaltung. Die Bewohner haben sich nicht so gut fühlen. Ist das so? Es ist gut. Es ist gut. Es ist ein Selbstverwaltung. Ich habe mir gesagt, dass ich das für dich selbst verletzt habe. Ich habe mir auch schon gehört, aber ich habe mich nicht zu bemerkt, dass ich mich nicht zu verletzten. Das ist sicher. Hier hier ist es, wie in der ganzen Stadt der Nähe des Gäste. Ich habe mir nicht genug, dass ich ein Verletzter und ich habe gedacht, dass man nicht mehr so vieles Leben ist. Ich habe mir gedacht, dass ich es nicht mehr so gut. Die Kunst der Konversation 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 Nichts davon ergibt Sinn, ganz zu schweigen vom Aufruhr, der hier zuletzt herrschte. Was wird nur aus unserem Volk? Okay, Bolran wird wohl nicht sehr geliebt. Das ist eine große Herausforderung, die ich auch überrascht habe. Was ist das, was ich mir nicht gedacht habe? Nichts, ich kann mich nicht überprüfen, dass ich mich nicht überrascht habe. Das ist eine große Herausforderung. Biezo und andere Leute, sie haben sich über die Dinge und die Gelegenheit gehalten. Aber ich weiß nicht, wie viele Leute sind, was das? Natürlich, sie sind die Leute, aber das ist sicherlich. Aber sie sind auch ein Geist, aber sie waren auch ein Mensch. Sie waren auch ein Mensch. Ich würde sagen, was ich... Sie sind nicht schlecht, als sie, als sie nicht. Sie sind kein Mensch, als sie, als ein Mensch. Sie sind nicht schlecht, als sie. Rimmel? Nein, was ich? Sie hat alles gesagt. Sie sind nicht schlecht, als sie sind. Sie sind nicht schlecht, als sie sind. Sie haben das, was sie sehen. Na, Sie sind und Tüo-Harrim. mitte liram 信頼を裏切らないよう努力するわ 私という 一人の人間として